Public-Private Partnership ist, wenn das öffentliche Interesse dem privaten Interesse untergeordnet wird. Public-Private Partnership ist, wenn viele arme Kommunen einem Konzern reich machen. Public-Private Partnership ist, wenn Menschen über ihre Daseinsvorsorge nicht mehr selbst bestimmen dürfen. Public-Private Partnership ist, wenn Gemeinwohl Betriebsgeheimnis wird. Also Public-Private Partnership ist, wenn Politiker und Banken die Daseinsvorsorge zur Milchkuh machen. Untertitelung des ZDF, 2020